Wir wollen zuerst einmal eine Grundlage legen und die Bedeutung des Namens erklären. Der Name Josef besteht aus zwei Worten, aus Ja, das heißt der Herr, und aus Sef, das heißt gesagt oder gesprochen. So ist also die beste Deutung des Namens Josef, der Herr hat gesprochen. Habt ihr das gewusst? Nein. Seht ihr, ihr werdet immer etwas Neues lernen. Wir erfinden diese Diamanten für euch und wir polieren sie hier gemeinsam. Und Gott dachte an Rahel und eröffnete ihren Mutterlein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und dann sagte sie, Gott hat meine Schmach weggenommen, denn es war eine große Schande, unfruchtbar zu sein. Und Gott sagte, du wirst schwanger werden und tatsächlich ist sie schwanger geworden. Und sie sagte, weil der Herr mein Mutterleib geöffnet hat, möge er mir einen anderen oder noch einen Sohn geben. Und Rahel hatte nur zwei Söhne. Josef und Benjamin. Und wenn ihr die Schrift studiert, werdet ihr feststellen, dass es immer wieder um die Erstgeborenen geht. Warum? Weil der Erstgeborene von Adam Kain war. Und Gott hat versucht, alle Erstgeborenen zu erlösen. Und dann, vor zweitausend Jahren, kam sein Erstgeborener Sohn. Und er hat sein Leben für uns niedergelegt. Er hat sein Leben für die ganze Welt niedergelegt. Aber sagt die Schrift auch, dass die ganze Welt errettet wird? Nein. Und nur eine Schriftstelle möchte ich nennen. Johannes 3, Vers 16. Und dort lesen wir, dass Gott die Welt so geliebt hat, die Welt so geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn für die Welt gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Aber nur die, die an ihn glauben. Jesus hat nicht gesagt, dass er kam für die ganze Welt, sondern er kam, um das zu suchen, was verloren gegangen ist. Und später, sie lesen wir das Gleichnis, dass ein Mann einen Schatz im Feld gefunden hat. Und er hat sich so über diesen Schatz gefreut, dass er ihn zurück in den Boden getan hat. Und alles verkauft hat, was er hatte. Und er hat dieses ganze Feld gekauft. Warum hat er das Feld gekauft? Weil in diesem Feld ein Schatz war. Und was ist dieser Schatz? Ihr seid es. Ah, und ich. Wir sind diese, von denen steht jeder, der an ihn glaubt. Habt ihr Jesus gefunden? Nein, er hat euch gefunden. Und wo hat er euch gefunden? In der Welt. Im Feld. Und wer seid ihr? Ihr seid seine Saat. Nicht das Unkraut. Ist das nicht wunderbar? Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Mein Freund, es ist nichts falsch daran, zu denken, als etwas ganz Besonderes zu denken. Und behandle dich selber als etwas Besonderes. Respektiere dich selbst als den Schatz Gottes. Denn genau das macht auch er. Und dann schau dich um nach Gemeinschaft. Mit dem Gleichen. Du bist besonders, und du bist auch besonders, und ich bin besonders. Wir sind zusammen besonders. Amen? Let's go on. Sheep amongst wolves. Du kannst wie ein Schaf inmitten von Wölfen leben, ohne es zu wissen, bis deine wahre Sohnschaft und Salbung offensichtlich wird. Sobald sie jedoch offenbar wird, werden Räuber versuchen, dich umzubringen und aufzufressen. Jesus sagt, ich sende euch aus, als Schafe unter Wölfen. Nice mission, huh? Ist das nicht eine schöne Mission? I'm sending something very special, something very costly. Ich sende etwas ganz Besonderes, etwas sehr Kostbares. In the midst of wolves. In the midst of wolves. Now, when you see in the nature, when a wolf pursues, the whole pack of wolves goes after a deer or other creature. Und wenn man das in der Natur sich einmal anschaut, wer das schon mal gesehen hat, wenn ein Rudelwölfe, ein Reh oder irgendein anderes Tier jagt. Dann rennen diese Tiere weg. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, wegzurennen. Wie sollen wir uns verteidigen? Mit Weisheit. Aber ihr wisst sicher, dass die Schafe die dümmsten Lebewesen auf dieser Erde sind. Und die religiösen Tears, there are such things as religious Tears, want to keep you dumb. Und das religiöse Unkraut, es gibt so etwas wie religiöses Unkraut, das versucht euch dumm zu halten. Die versuchen euch unter diesem religiösen, unter diesem religiösen Fest zu halten, solange es nur irgend geht. Und euch niemals zu erziehen. The scripture is clear, that the wolves are on this earth, we are in the midst of wolves. Und die Schrift sagt klar, dass die Wölfe auf dieser Erde sind und dass wir mitten unter diesen Wölfen sind. Aber das religiöse Unkraut wird euch erklären, dass diese Wölfe im Himmel irgendwo Geister sind, Dämonen. Und damit fressen sie euch auf. Weil ihr dumm seid. Ihr werdet etwas Besonderes und ihr werdet Gottes Schatz, wenn ihr Gottes Schatz tragt. In dem Augenblick, wenn deine Salbung sich manifestiert. Und die Menschen merken, dass ihr etwas Besonderes seid. Dass du vielleicht einen besseren Ehemann hast, als sie hat. Und dann wird sie anfangen, auf dich einzureden und dir erklären, dass irgendetwas an deinem Ehemann nicht stimmen kann. Und das ist Eifersucht. Aber das werden sie versuchen zu verpacken, in eine ganz geistliche Verpackung. Und wie gehst du dann damit um? Wie ein dummes Schaf. Ja, schneid mir doch den Kopf ab. Nein. Mit Liebe. Mit Herzigkeit. Mit Vergebung. Wie Jesus sagt, ihr wisst nicht, was ihr tun. Ihr wisst nicht, was ihr sagen. Genauso wie Jesus es getan hat. Sie wissen nicht, was sie tun und sie wissen nicht, was sie sagen. Eigentlich ist der Geist Gottes, der alles untersucht, der selbst Gott untersucht. Er sucht oder er untersucht die Motive des Herzens. Und er hat nur dann die Erlaubnis, das zu tun, wenn du in Gemeinschaft mit solchen Menschen bist. Er untersucht alle Dinge. Und es ist sehr interessant, dass wir uns untereinander miteinander vergleichen. Wer hat eine größere Salbung und wer hat eine kleinere? Und wer sitzt in der ersten Reihe in der Kirche? Und wer sollte mir untertan sein? Das sind Hierarchien. Aber im Himmel gibt es so etwas überhaupt nicht. Du musst dort nicht den Direktor irgendwo hinkriechen, um eine hohe Position zu bekommen. Frauen begehen manchmal Ehebruch mit ihren Chefs, um eine höhere Position zu erhalten. Und Männer machen das Gleiche. Und das ist die Welt. Überall Sünde, nur um eine höhere Position zu bekommen. Um eine Hierarchie im Himmel zu haben, braucht man Furcht. Unsicherheit. Und du brauchst dann ein Gesetz, wie eine Peitsche, um dich in Gehorsam zu zwingen. Im Himmel gibt es aber einen Gott nur. Und dieser eine Gott ist voller Liebe. Und diese Liebe ist in jedem Einzelnen seiner Engel. Sie dienen ihm nicht aus Furcht, sondern aus Liebe. Wenn diese Welt voll von der Saat Gottes wäre, dann würde eine Mutter, die ein Baby hat und einkaufen geht im Supermarkt, dann könnte sie das Baby jemandem geben und der sagt, ich pass auf dein Baby auf, während du einkaufst. Und sie könnte ihm vertrauen. Denn es gäbe keine Furcht. Aber wie es heute ist, ist so etwas unmöglich. Denn wir sind Schafe unter Wölfen, wir sind der Schatz mitten im Feld. Und so ist es überall. Sogar in der Gemeinde. Sogar mit diesen sogenannten Brüdern und Schwestern. Und Josef war anders. Er hatte eine Berufung, er hatte eine Salbung und dafür haben ihn seine Brüder gehasst. Die Welt nimmt ihren normalen Lauf, Flut, Trockenheit, Vulkanausbrüche, Verschiebung des Meeresbodens und so weiter. Die Mehrheit auf diesem Planeten ist das Feld und weiß nichts über diese Zyklen. Es ist dem Feld weder gegeben, noch ist es vorgesehen, dass es dies weiß oder versteht. Dieses Wissen gehört der Saat, die in oder unter das Feld gesät ist. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Römer 8, Vers 14 Wenn deine Mission auf dieser Erde noch nicht erfüllt ist, dann kannst du vielleicht mitten in einem Tsunami sein. Und du wirst gerettet werden. Oder der Heilige Geist wird verhindern, dass du dorthin gehst, wo der Tsunami ist. Gott der Herr weiß, wann ein Erdbeben stattfinden wird. Aber wenn deine Mission auf dieser Erde noch nicht erfüllt ist, dann wird Gott dich daran hindern, dort zu sein. So dass du nicht in einem Erdbeben bist, so wie in Italien kürzlich, wo über 300 Menschen starben. Aber wenn deine Zeit vielleicht vorbei ist, wer weiß, wir haben unser Leben schon verloren. Jesus sagt, du verlierst dein Leben, dann wirst du es finden. Wir haben unsterbliches Leben. Wir haben nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Wir sind seltsame Menschen. Wir sind die Saat des höchsten Gottes. Und wir haben eine Mission, auf dieser Erde zu erfüllen. Wir wollen das Feld. Und das Unkraut will auch das Feld. Aber es gibt einen Unterschied. Das Unkraut will nur das Feld, aber wir sind hinter dem her, was in dem Feld ist. Wir sind hinter diesem Schatz her. Ein Schatz jagt den anderen. Damit der Schatz Gottes groß wird. Glorreich. Herrlich. Halleluja. Und dieser Schatz, das ist die Saat. Gefällt es euch? Und das ist nur der Anfang. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der an einem Acker verborgen lag. Ihn fand ein Mann, verbarg ihn aber wieder und ging in seiner Freude hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte diesen Acker. Aber die Saat Gottes sollte zumindest ein ganz besonderes Wissen haben. Und ich denke, es ist das Problem dieses religiösen Unkraut, dass die Schafe in Dummheit hält. Denn wir wissen, dass die Söhne Gottes die sind, die vom Geist Gottes geleitet werden. Gott redet zu uns. Er besucht uns. Er gibt uns prophetische Träume. Er warnt uns. Oder er hindert uns. Aber die meiste Zeit möchte er uns führen, leiten. Du hörst nichts, du kennst nichts, aber du bist immer leitert von dem Heiligen Spirit. Wenn du auch nichts hörst oder nichts siehst, dann bist du trotzdem vom Heiligen Geist geleitet. So these are the characteristics of the seed. Und das sind die Charakteristiken der Saat. Gott sagt zuerst seinen Propheten, was er tun wird. Was stattfinden wird, das zeigt er seinen Propheten in Visionen oder Träumen. Next, next. Was geschieht in einem Traum oder in einer Vision. Er spricht durch diese Bilder. Aber die Saat sollte dann hören, wenn Gott durch seine Gefäße spricht. Wenn sie nicht von Gott direkt hören können, müssen sie sich ihm hingeben, damit sie vom Heiligen Geist geleitet werden können. Gott spricht nicht durch kriegerische oder zukriegerischen Menschen. Warum? Weil es sagt in Matthäus 5, 9, dass er gegründet sind, für sie werden die Söhne von Gott sein. Und warum tut er das nicht? Weil in Matthäus 5, Vers 9 steht, seelisch sind die Friedensstifter, denn die werden Söhne Gottes heißen. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie ihn die Welt gibt. The next one is much better. Peace of God. As they are 30, verse 15 says, Der Friede Gottes in Jesaja 30, verse 15 heißt es, Denn so spricht der Herr Gott, der Heilige Israels, In Umkehr und Gelassenheit liegt euer Heil. In Stille sein und im Vertrauen ruht eure Stärke. Beautiful scripture. In Rest und Peace There is your power, strength. In Frieden und Ruhe, da ist eure Macht, eure Stärke. Worry, fear, hardness of heart. Sorgen, Furcht, Härte des Herzens. And Jesus says, Do not worry about tomorrow. Tomorrow is going to worry about itself. Und Jesus sagt, Kümmern euch nicht oder sorgt euch nicht und morgen, morgen wird für sich selber sorgen. Er sagt, Es gibt nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen und jetzt müssen wir lernen, ihm zu vertrauen. He said, That the worries are the thorns that choke up the seed. Und er sagt, Und er sagt, dass die Sorgen, diese Dornen sind, die versuchen, die Saat zu erdrücken. That's what they do. Und genau das machen sie. Stifle it, choke it up. Sie erdrücken, erdrosseln sie. So an Overcomer watches him and herself not to worry. Also passt ein Überwinder auf sich selbst auf, dass er sich keine Sorgen macht. The last fruit of the Holy Spirit is self-discipline. Und die letzte Frucht des Heiligen Geistes ist selbstdisziplin. It is our responsibility to discipline ourselves not to worry. Und es ist unsere Verantwortung, dass wir uns selbst disziplinieren, uns keine Sorgen zu machen. In the name of what? In dem Namen von was? For love of Jesus. In Namen der Liebe zu Jesus. He said, don't worry. Okay, Jesus, I love you. I trust you. Jesus sagt, mach dir keine Sorgen. Und weil ich dich liebe, Jesus, deswegen vertraue ich dir. You know better. Denn du weißt es besser. And you're my brother. Und du bist mein Bruder. And you found me. Denn du hast mich gefunden. And I'm special in your eyes. Und in deinen Augen bin ich etwas Besonderes. Why should I harden my heart? You know, nothing is instant. Everything works in three or fours. Warum sollte ich also mein Herz verhärten? Wisst ihr, nichts passiert auf einmal, plötzlich. Alles braucht drei, vier Mal. Look. Earth Identity Zuerst ist eine irdische Identität die physisch ist und die physische Identität bringt Stolz und der Stolz arbeitet immer mit dem Ego zusammen. Und das blockiert dich gegenüber Gott. Denn Gott widersteht den Stolzen. The Bible says, you walk in the flesh, you sin. You walk in the spirit, you do not sin. Die Bibel sagt, wenn du im Fleisch gehst, dann wirst du sündigen. Wenn du aber im Geist wandelst, dann wirst du nicht sündigen. Versteht ihr das? Bringt ihr das zusammen? Worry brings fear Säugen bringen Furcht and fear hardens the heart. Und die Furcht verhärtet das Herz. No miracles can happen. Und dann können keine Wunder mehr geschehen. They just watched Jesus perform a miracle of miracles where five thousand people were fed with just a couple of loaves of bread. Sie haben die Jünger, die haben gerade ein Wunder gesehen, wie Jesus mit ein paar Broten 5000 Männer gesättigt hat. And their hearts were hardened. Und trotzdem waren ihre Herzen hard. They did not look just a few hours back. Sie konnten einfach nicht mehr diese paar Stunden zurückschauen, was er da getan hat. They were not willing to realize what he just did. Sie haben einfach nicht mehr bemerken können, was er getan hat. It's like what was that? Das ist wie wenn ein Blitz ist und nichts mehr da ist. Oh, I don't know. Comet, maybe something. Let's go on. Let's live our lives the ordinary lives. Na, ich weiß auch nicht, was das war. Vielleicht ein Komet. Lass uns einfach weitergehen und unser gewöhnliches Leben weiterleben. Let's see if he can do it again. Vielleicht kann er es ja noch einmal tun. That's the human factor. Das ist der menschliche Faktor. Show us another miracle because we have a big chip on our shoulder. Zeig uns doch noch ein Wunder, weil wir haben doch diesen großen Chip auf der Schulter. We are the generals. Wir sind die Generäle. We have earth identity, flesh identity, ego. Wir haben irdische Identität, fleischliche Identität, ein Ego. We are blind. We are backwards. Wir sind blind und gehen zurück. And we want you to show us your miracles. Und wir wollen, dass du uns deine Wunder zeigst. And Jesus says, no, you have to break down your pride. You have to get released from the self-identity. Aber Jesus sagt, nein, du musst deinen Stolz brechen. Du musst von dieser Selbstidentität befreit werden. You have to stop thinking that you are children of this earth. You are children of the most high God. Und ihr müsst aufhören zu denken, dass ihr Kinder dieser Erde seid, denn ihr seid Kinder des allerhöchsten Gottes. You do not come from below, you come from above. Denn ihr kommt nicht von unten, sondern ihr kommt von oben. Others come from below, you come from above. Wenn andere von unten kamen, ihr kommt von oben. Your mission is different. Denn eure Aufgabe ist eine andere. You must not think like the rest of the world. Und ihr solltet nicht denken wie der Rest der Welt. Der Rest der Welt macht sich Sorgen. You are in it, but you are not of it. Ihr seid in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Are you hearing what the Spirit of God says? Hört ihr, was der Geist Gottes sagt? Change your identity as Jesus had the heavenly identity. Father dependence. Verändert eure Identität, so wie Jesus auch eine irdische hatte, hat er sie in eine Vater-Identität verwandelt. In quietness and trust. In Stille und Vertrauen ist your strength. Dort ist deine Stärke. It doesn't speak about your physical strength to lift the shovel. Und das hat nichts mit dieser physischen Stärke zu tun, mit der du Sandschaufeln kannst. That too. Das auch. Strength embraces all things. But you will be spiritually strong. You will be intellectually strong. You will be emotionally strong. not wobbly. Stärke umfasst alles, aber zuallererst geht es darum, dass du geistlich stark bist, dass du in deiner Seele stark bist und in deinen Gefühlen stark bist. You are strong in your mind, you are strong in your emotions. Wenn du in deinem Verstand stark bist und in deinen Gefühlen, also in your spirit, auch in deinem Geist, you are well rounded balanced person. Dann bist du eine wohl abgerundete, ausbalancierte Persönlichkeit. And this is the purpose of these meetings to make you a strong person. Und das ist der Zweck dieser Versammlungen hier, dass ihr eine starke Persönlichkeit werdet. So I'm asking you, get rid of all worries. Und deswegen bitte ich euch, lasst alles Sorgen hinter euch. Leave them for the tomorrow, because tomorrow has not come yet. Lasst sie für morgen übrig, denn morgen ist noch nicht da. Have you noticed? We never worry about today. We always worry about tomorrow. Dann habt ihr schon mal bemerkt, wir machen uns nie um heute Sorgen, sondern wir Sorgen uns immer um morgen. We always want something that isn't. Wir wollen immer irgendetwas, was noch nicht da ist. Right? We always wish something that isn't. Wir wünschen uns immer irgendetwas, was nicht da ist. Ladies would like to have a maybe better husband. I mean, they already have a good husband, but they would like to have a better husband. And when they have a better husband, they want still a better husband. And when he's still better, better, they want better, 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 better. There's no end to it. Eine Frau hat vielleicht einen guten Ehemann, aber sie wünscht sich einen besseren. Und wenn er besser geworden ist, dann möchte sie einen noch besseren. Und wenn er noch viel, viel besser ist, dann will sie einen noch viel, 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 viel besseren. Oder sie flüchten sich in eine Traumwelt und träumen von diesen perfekten Ehemännern, die sie in den Filmen sehen. Ja, von den Romanen. So wie in diesen Romanen, wo das Hemd zerrissen ist und er die Frau in den Händen hält und sie gerade küssen will. So viele Kindergottes leben in einer Traumwelt, aber sie leben in einem falschen Traum. Und Jesus sagt, und er lehrt uns, seht euch um und findet den Schatz genau dort, wo ihr seid. Such den Schatz in deinem eigenen Haus. Und redet zu diesem Schatz, wie ein Schatz redet. Tell the treasure that you are indeed a treasure. Erzählt dem Schatz, dass er ein Schatz ist. Turn to one another and say, you are a treasure. Dreh euch mal zueinander und sag, du bist ein Schatz. Say it from your heart. Sag das aus ganzem Herzen. The Friede Gottes and quietness and trust is your strength. Der Friede Gottes und Stille und Vertrauen, das ist eure Stärke. Carving out the riverbed. Das Flussbett gestalten oder ausgraben. Teaching is only a preparation. A carving of the riverbed. Lehre ist nur eine Vorbereitung, ist das Gestalten des Flussbettes. Once it is complete, the river will flow quite naturally. Und wenn dieses Flussbett angelegt ist, dann wird der Fluss von ganz allein fließen. But the carving is also done by the Holy Spirit, the river of life. Aber dieses Flussbett wird auch durch den Heiligen Geist selbst vertieft, der durch die Worte der Gesalbgefäße Gottes fließt. Spürt ihr das, dass der Geist Gottes durch diese Worte fließt, die ich rede? Das ist der Anfang. Carving a new riverbed in you. Und das ist der Anfang. Ein neues Flussbett wird geschaffen. There will come a day, I will not be needed. Teachers will not be needed. Churches will not be needed. Und es wird ein Tag kommen, da werde ich nicht mehr gebraucht werden. Und Gemeinden und Lehrer werden auch nicht mehr gebraucht werden. Isaiah says, Jeremiah too, he says, that the knowledge of the Lord is going to cover the earth and no one is going to teach anybody. Und Jesaja sagt es und auch Jeremia, dass die Weisheit des Herrn, die Lehre des Herrn die Erde bedecken wird und niemand muss mehr einen anderen lehren. No one is going to encourage one another, come and know the Lord because everybody is going to know the Lord. Und niemand muss den anderen mehr ermutigen und sagen, kommt, lasst uns den Herrn kennenlernen, weil jeder den Herrn kennenlernt. Halleluja! So we are on the way to that place. Und wir sind auf dem Weg zu diesem Ort. So what we are doing, we are making a riverbed. Und was machen wir? Wir bauen ein Flussbett. That's why we got the preacher there. So, now, God's chosen, who are the God's chosen? Und jetzt geht es um die Erwählten Gottes. Wer sind diese Erwählten? Now, Joseph was God's chosen. Joseph war von Gott auserwählt. He was answer to Rachel's prayer. Er war die Antwort auf Rahels Gebete. Joseph was led of the Spirit. He was righteous and could not stand the unrighteousness of his brothers. Joseph wurde von dem Geist Gottes geleitet und er konnte die Ungerechtigkeit seiner Brüder nicht ertragen. And so he saw this unrighteousness and reported it to his father. er hat diese Ungerechtigkeit genau gesehen und er hat seinem Vater davon erzählt. Und man könnte ihn so einen Verräter nennen. And so they hated him because he was not loyal to his brothers. Und deswegen haben sie ihn gehasst, weil er nicht mit seinen Brüdern war, er war ihnen nicht untertan. Listen carefully. They thought that he was loyal to the father because the father loved him more than them. Und hört genau zu, sie dachten dass er dem Vater untertan ist, oder ihm gegenüber loyal to. Dass er dem Vater gegenüber loyal ist, weil er ihm berichtet hat. So competition was the Konkurrenz. Das war Wettbewerb, Konkurrenz. But Joseph was loyal to God's righteousness. Aber Joseph war der Gerechtigkeit Gottes gegenüber loyal. er war weder mit jenen noch mit denen sondern er war mit Gott. Und die Menschen werden euch vielleicht beschuldigen dass ihr mit irgendjemandem seid weil die Menschen wollen dass ein Lager gegen das andere Lager kämpft. Die wollen in euch etwas Falsches finden und sie wollen dann eine Bestätigung dafür dass ihr falsch liegt und fragen andere Menschen ob das so stimmt. Und so schaffen sie ein Lager gegen ein anderes Lager. Ich erinnere mich als ich ein Teenager war da habe ich immer hervorgestanden und dann hatte ich eine Musikgruppe und wir waren alle etwas Besonderes und wenn wir in die Gemeinde gingen dann waren wir sieben Jungs wir gingen zusammen hinein und wir gingen zusammen hinaus Könnt ihr euch vorstellen wie das ist wenn junge Männer sieben junge Männer die ganze Zeit zusammen hocken das ist Kraft Macht und später waren wir dann zwölf und wir sind umhergereist und haben gespielt und es gab viele die uns beobachtet haben und gerne mit uns gewesen wären aber die nicht mit uns sein wollten die haben uns auch beobachtet und haben mit den Zähnen geknauscht unsere Haare waren zu lang und unsere T-Shirts waren zu bunt zu frei zu wild zu unabhängig zu geistlich wir hatten zu viel Spaß wir haben zu viel gelacht und das konnten sie einfach nicht ertragen und dann sagte einer komm wir wollen jetzt beten und er hat mich im Nacken gepackt und hat gesagt knie dich mit mir hin und so bin ich auf meine Knie gegangen und er sagte Jesus bitte und er betete für mich und ich habe geschwitzt und gezittert er hat mir einen Geist der Depression gegeben so wie einen Dämonen Gott und ich war so deprimiert davon so depressiv geworden dass ich mich auf eine Brücke gestellt habe und runterspringen wollte aber dann habe ich gesagt Herr bevor ich jetzt springe und mir das Leben nehme und ich war so depressiv wenn du wenn ich richtig liege und wenn du mit mir bist dann besuch mich und der Geist Gottes kam auf mich und ich habe angefangen zu lachen und anstatt in den Fluss zu springen bin ich wieder auf die Straße gesprungen und habe angefangen zu laufen und ich bin an Straßenbahnen vorbeigerannt und ich war schneller als alles was sich bewegt hat ich war so voller Kraft und ich sagte Gott ist mit mir und ich habe diesem Mensch da vergeben und ich sagte er ist blind und ich habe kürzlich ein paar Freunde über diesen Mensch befragt und sie haben mir erzählt nichts klappt bei dem alles geht schief gebundene Menschen brauchen Gemeinschaft mit gebundenen und dafür werden sie euch hassen weil sie gebunden sind sie sind nicht glücklich und und dann müssen wir einen Mechanismus entwickeln der uns unsere Umgebung einfach vergessen lässt Jesus hat Petrus gerufen und gesagt folge mir nach und Petrus wusste ganz genau dass Jesus Johannes am liebsten hat und da gab es auch Wettbewerb wen liebt Jesus am meisten wer ist der besonderste das war Wettbewerb Wettkampf und Petrus sagte okay ich folge dir nach aber was ist mit Johannes und was sagte Jesus zu ihm was geht dich das an du bist Petrus und er ist Johannes er hat eine Aufgabe und du hast auch eine Aufgabe also schau nicht nach ihm Joseph hat nicht aufgehört seine Träume seinen Brüdern zu erzählen und das könnte etwas seltsam aussehen weil dieser junge Mann mit 17 Jahren gemerkt hat dass seine Brüder ihn nicht mochten Ich denke das wäre unmöglich so etwas nicht zu merken denn sie haben ihren Hass ganz offen gezeigt also als er ihnen dann diesen Traum erzählt hat da sind sie in diesen ungerechten Wut verfallen all that unrighteousness jealousy and envy was bundled up in his brother's explosive rage it all comes from the over inflated ego my friends for Joseph's brothers scornfully said ab all all and all ne in such in her explosiven wut seiner brüder und das alles kam aus ihrem aufgeblasenen ego Denn Josefs Brüder sagten ganz verächtlich, du wärst wohl gern König über uns, du wärst wohl gern unser Herrscher. Und sie hassten ihn noch ärger wegen seines Traums und seiner Erzählung. Sie sagten, du willst über uns herrschen, du bist doch nicht ganz klar im Kopf. Aber diese Frage haben sie sich nie gestellt, warum eigentlich nicht? Was ist da falsch dran? In den Vereinigten Staaten gibt es den Ku Klux Klan und die Skinheads, die die Kreuze verbrennen, und sie haben diese Nazi-Embleme, und Hakenkreuze, und sie sagen, wir werden die Regierung übernehmen. Und wir werden das tun, wozu wir berufen sind, und das sind Idioten. Und sie sagen, sie lieben dieses Land, aber sie sind wirkliche Idioten. Sie haben keine Schulbildung, sie haben einen ganz niedrigen IQ. Sie können ihre Arbeit nicht behalten, ihren Arbeitsplatz, und sie versuchen dann, die Banken zu regieren. Sie können nur Kreuze verbrennen, und Bier trinken, und dann die Gläser zerbrechen. Und schreien, und marschieren, und Demonstrationen veranstalten. Und solche Menschen wollen die Welt behalten. Und dann sagen sie, die Juden, die kontrollieren das Geld. Oh, KKK should control your money? How would you like that? Sollte der Ku Klux Klan euer Geld kontrollieren, wäre das besser. Sie kommen mit brennenden Kreuzen vor eure Häuser gezogen, und sagen, gib uns dein Geld, das ist ihr Banksystem. Oder wir werden dich aufhängen. Niemand, der klar im Kopf ist, würde so etwas tun. Aber was ist so erstaunlich an ihnen, sie sind von ihrer Aufgabe, von ihrer Mission überzeugt. Das ist ein überinflatetes Ego. Joseph war intelligent, er sah gut aus, er war gut angezogen, und der Vater war bestimmt ein guter Schneider, und er hat ihn gut angezogen, mit einem bunten Kleid, und er hatte Träume, und konnte sie sogar verstehen. Und er hatte die Macht, oder die Kraft, sie zu interpretieren. Ich hätte gerne einen solchen König. Wie ist es mit euch? Und was macht jetzt der Ku Klux Klan, wenn Obama Präsident ist? Vielleicht nehmen sie sich jetzt selber als Kreuze, und überschütten sich mit Benzin, und verbrennen sich selbst. Wer weiß. Sie brennen von Eifersucht und von Neid. Das ist aber eine Metapher. Und ihr ursprünglicher Plan, in ihrem Zorn, wollten sie ihn verbrennen. Sie wollten ihn umbringen, aber dann haben sie sich besonnen, und sagten, wir wollen Geld mit ihm machen. Und sie haben ihn an die Keniter verkauft. Und ihr wisst sicher, dass die Ismailiter und die Midianiter Keniter sind. Sie haben uns den Wert des Goldes diktiert. Das kommt von Cain. Er war der erste, der Metall bearbeitet hat. Und er hat festgelegt, dass Silber wertvoll ist. Und dann sind alle Keniter davon abhängig geworden. Und die Mafiosi, die bringen andere um, nur für das. Und die Kriege sind immer um Geld. Hitler konnte es kaum erwarten, das Geld aus den Zähnen der Juden in Auschwitz zu bekommen. Das Gold. Das ist richtig. Er hat es eingeschmolzen und irgendwo eingelagert. Aber was hat das Gold ihm am Ende geholfen? Er musste sich erschießen. Dieses aufgeblasene Ego blockiert uns von der Weisheit. Diese Brüder da, die waren voller Zorn. Und sie wollten ihn umbringen. Aber stattdessen haben sie ihn dann verkauft. Und Ägypten heißt im Hebräischen Mitzraim und bedeutet ein sehr enger Ort. Das heißt eigentlich ein niedriger und ein enger Platz. Ein beschränkter Ort. Aber im Himmel gibt es keine Beschränkungen. Und deswegen hat die Saat Gottes, die Kinder Gottes, einen weiten Horizont. Und dass ihr zugetan seid zu himmlischen Dingen, das erweitert euren Horizont. Wenn ihr nur an physischen Dingen hängt, dann macht es euren Horizont eng. Just like our brother who is being hated in Interlaken because he is so prosperous and God blesses him and everybody is gnashing their teeth against you. Against him. So wie Ruth's Bruder in Interlaken, der so erfolgreich ist und deswegen knirscht er mit den Zähnen und hasst ihn. They want to kill him. They want to destroy him. Because they are not so prosperous as he is. Sie wollten ihn umbringen und sie wollen ihn vernichten, weil es den anderen nicht so gut geht wie ihm. Buy their fruits. You know them. Und an den Früchten kann man erkennen. Now it's the human factor. This is very important. You still have patience? Jetzt geht es um den menschlichen Faktor und das ist ganz wichtig. Joseph was Jacobs youngest son from the wife. Jacob really loved. Rachel. Joseph war Jakobs jüngster Sohn von der Frau, die er wirklich liebte, von Rahel. Joseph war der Schicksalsjunge und seine Brüder haben sich nie die Mühe gemacht, das zu verstehen. Sie handelten nach tierischen Instinkten und diese tierischen Instinkte sind territorial ausgerichtet. Geistliche Menschen sehen grenzenlose Territorien, fleischliche Menschen sind hingegen begrenzt von den physischen Territorien auf dieser Erde. Joseph war in das Territorium seiner Brüder eingedrungen, das sie kontrollierten. In ihren Augen war er ein Spion und er trug einen Geist der Überheblichkeit mit sich herum. Sie hatten einen niedrigen, tierischen Instinkt und Joseph hatte einen himmlischen Instinkt. Tiere wissen, wann ein anderes Tier in ihr Territorium eindringt. Ihr kennt das sicher aus Naturfilmen. Und es gibt einen furchtbaren Kampf, wenn ein Löwe in das Gebiet eines anderen Löwen eindringt. Wenn du irdisch gesinnt bist, dann bist du sehr territorial gesinnt. Ich war einmal mit einer Frau zusammen und die hat jede Schublade verschlossen, das ist meine. Das ist meine. You cannot come here. Dort darfst du nicht hin. Ich meine, extreme Territoriality. Er hat gesagt, you must be an animal, you're not a human. Sie war so territorial gesinnt, dass ich gesagt habe, du musst ein Tier sein, du kannst kein Mensch sein. Ja? At that time, Benjamin was not born yet. Zu dieser Zeit, weil Benjamin da noch nicht geboren war, das müsste man noch korrigieren. So, remember, watch yourself. Also, beobachtet euch selber. Fleshly people are very territorial and attached very much to physical things. and the physical things control them. Fleischliche Menschen sind sehr angetan von irdischen Territorien, von physischen Dingen und diese physischen Dinge, die kontrollieren sie. Next. Let's just read it. Das sind zwei Dimensionen, die man verstehen muss. Die territorialen Instinkte haben ihren Ursprung im Bereich der Emotionen, der Seele. Aus diesem Grund müssen wir ständig über geistliche Dimensionen unterrichtet werden. Wir müssen ständig über geistliche Dimensionen lernen. Unseren Verstand, die Kraft unseres Verstandes erneuern. Wenn wir das nicht tun, dann beginnen wir einen Kreislauf der Sorgen. Und dieser Kreisel wird sich immer schneller und schneller drehen, bis er dich am Ende wie ein Wirbelsturm verschluckt, wenn du in sein Auge trittst. Because you will be pulled deeper and deeper to self-orientation. Have you ever met people your friends that their equation of friendship is when they only talk about themselves? Ihr werdet dann immer mehr und mehr in dieses Ego hineingezogen. Habt ihr jemals Freunde gehabt, die nur über sich selber geredet haben, wenn ihr euch getroffen habt? They should better be vacuum cleaners. Staubsauger. Sie sollten besser Staubsauger sein. Denn sie saugen das Leben aus dir heraus. Und ihr möchtet nicht hässlich ihnen gegenüber sein. Because they want the pity. They don't get any attention. But my friends, we are healthy when we pay attention to each other, receive attention, give attention, treasure each other, see, and we are treasured. Solche Leute, die wollen nur Mitleid haben. Und wenn ihr aber untereinander euch wie Schätze behandelt, dann werdet ihr auch Schätze sein. Und dadurch werdet ihr gesund. The sickness in our lives is self-pity. Denn die Krankheit in unserem Leben ist Selbstmitleid. A lot of miracles happen when people just deny themselves self-pity. Eine Menge Wunder geschehen, wenn Menschen es sich nicht mehr erlauben, Selbstmitleid zu haben. I sometimes saw people in wheelchairs. Ich habe manchmal Menschen in Rollstühlen gesehen. I can guarantee you not much is wrong with them. Und ich garantiere euch es ist nicht viel mit ihnen kaputt. Und dieser Rollstuhl der sieht so aus als ob sie wirklich gebunden wären. Aber das ist nur das wie der Rollstuhl aussieht. Die Krankheit die sie haben ist Selbstmitleid. wie viele Menschen gibt es die gesagt haben steh auf aus dem Rollstuhl. Kein Mitleid. Und die stehen auf einmal auf und können laufen. Ein dramatisches Beispiel habe ich in Louisiana erlebt. Eine Frau kam mit zu einem Gehwagen und sie glaubte an mein Wort. Und ich fragte sie wie lange willst du auf diesen Wagen noch lehnen? Und sie war über 80 Jahre alt und sie sagte es reicht mir. Ich bin fertig. Und sie hat mir diesen Wagen gegeben. Ich habe genug von Mitleid hat sie gesagt. Und es gibt viele Menschen die fühlen sich so menschlich wenn sie jemandem helfen können. Ich werde deine Krankenschwester sein. Ich werde auf dich aufpassen. Ich werde dir helfen. Aber nicht zum Leben sondern zum Tod. Das ist die Straße zum Tod und Menschen die dieses Mitleid füttern die füttern ihr Selbstmitleid. In Jesaja 60 heißt es steh auf. Scheine denn dein Licht ist gekommen. Und mit meinem Kommen hierher ist auch euer Licht gekommen. Und die Herrlichkeit Gottes ist über euch aufgegangen nicht unter euch. Aber ihr müsst sie erhaschen. Ihr müsst sie nehmen. Euch selber schütteln. You have to say must speak die enough that's in Hebrew die say die 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 it's enough die heißt es ist genug yeah or must speak that's the modern Hebrew die is the older it's enough das must speak ist modernes Hebräisch und die ist das alte Hebräisch es ist genug und wenn du wie ein Überwinder aufstehst und sagst ich habe genug davon dann wird der Fluss des lebendigen Wassers durch dich hindurch fließen er wird dich waschen und erneuern. Now, Joseph is the archetype of Jesus, of Messiah. Joseph ist die Urform des Messias. Watch. Israel rejected Christ. Israel lehnte Christus ab. Until the time of the Gentiles is fulfilled. Bis die Zeit der Nationen erfüllt sein wird, God partially blinded Israel. Hat Gott sie teilweise blind gemacht. That's written in Romans 11. In Römer 11 können wir das lesen. No Christian should ever be ignorant of that chapter. Every Christian should know that. Und kein Christ sollte dieses Kapitel nicht kennen. If Christians are ignorant of chapter 11 of Romans, they don't walk by grace. Wenn Christen dieses Kapitel 11 des Römerbriefes ignorieren, dann leben sie nicht in der Gnade. Because they are in replacement theology. Denn dann haben sie eine Ersatztheologie. You've been grafted into the cultivated olive tree by grace. And you walk by grace. Ihr seid durch Gnade in diesen kultivierten Ölbaum eingepfropft. Und ihr müsst in Gnade gehen. Now, his own brothers rejected Joseph. They sold him to the Kenites. Seine eigenen Brüder haben Josef abgelehnt und ihn an die Keniter verkauft. Jesus himself chose a Kenite. Judas was a Kenite. Und Jesus selbst hat einen Keniter auserwählt. Denn Judas war ein Keniter. Which, specifically, he was used for this to betray Jesus. Und Judas wurde dafür ganz besonders benutzt, um Jesus zu verraten. Remember that Jacob had his name changed to Israel. And in Israel's mind, Joseph was dead. Und ihr wisst, dass Jakobs Name in Israel verändert wurde. Und in Israels Denken war Josef tot. Now, until this day, most Jews believed that Jesus failed because he was killed. His disciples were accused of stealing his body. Bis heute glauben die meisten Juden, dass Jesus versagt hat, weil er umgebracht wurde. Und seine Jünger wurden verdächtigt, seinen Leichnam gestohlen zu haben. In dem jüdischen Verständnis, für die einen also, ist eine Auferstehung nicht möglich. Aber die Schrift sagt, dass der Glaube an den Auferstandenen Christus uns rettet. Und das ist die Blindheit, die Gott dem jüdischen Denken bis zum heutigen Tag zum Teil auferlegt hat. So, we have come to the conclusion of this, to show you the type of the Messiah. There are still two days. Wir sind bis dahin gekommen, dass wir euch den Typ des Messias, die Urform des Messias vorgestellt haben. Actually, Joseph is exactly the type, even that they sold him for 20 pieces of silver. Why? Why was he in the dungeon so long? When he came out, who he is and what he is doing. And you will see ourselves in Joseph. Und Joseph ist eigentlich genau dieser Typ des Messias. Er wurde für 20 Silberlinge verkauft. Er war in diesem Verlies und wie er wieder herauskam. Und in diesem allen werden wir uns selbst erkennen können. Halleluja. The Lord has ministered to your soul. Der Herr hat eurer Seele gedient. Have you identified a lot of things in yourself? Habt ihr etwas, von dem in euch identifizieren können? Viele Dinge, von denen wir jetzt wissen, dass wir sie loswerden müssen. Und meistens sind das ganz kleine Dinge. Unwichtige. Wir alle sind auf einer Reise. Und jeder sitzt im Zug. Some of them are, I give the example, for example, from London, you're going to Kamchatka. That's a long, long drive all the way to Kamchatka in Siberia. Und wenn ich dieses Beispiel nehme, wenn wir von London bis nach Kamchatka in Siberien fahren mit dem Zug. Then you have to go, first of all, over the channel, the English channel. Dann musst du erst einmal über den englischen Kanal. Then you're going through France, so you are in Paris. Dann durch Frankreich, bis nach Paris. So you are away from London, you're in Paris. Und dann bist du weg von London, in Paris. Then you're going to Basel. Und dann fahren wir weiter nach Basel. Zurich. Nach Zürich. Vienna. Nach Wien. Oh yeah, further away from London. Und wir sind immer weiter weg von London. But you're still far away from Kamchatka. Aber wir sind noch weiter weg von Kamchatka. And others are already by Warsaw. Und andere sind schon in Warschau. And others are already by Moscow. Und andere sind schon in Moskau. And others are already by Kamchatka. Und andere sind schon in Kamchatka angelangt. Everyone has their own train. And everyone sees their own station. Jeder hat seinen eigenen Zug und jeder sieht seine eigene Station. So how can you compare yourself with other people? Und wie kannst du dich jetzt mit anderen Menschen vergleichen? And be jealous or envious. Und eifersüchtig oder neidisch werden. Nicht mehr vergeben. Or harbor some unforgiveness or some bitterness. Oder die Bitterkeit in dir herumtragen. And we sometimes pity ourselves. How could she do that? How could he do that? Dass wir uns manchmal selbst mitleiden und sagen. Wie konnte der mir das nur antun? I went through so many rejections. So many hatreds. Ich bin durch so viel Ablehnung und Hass gegangen. And people rejoiced over my fault. People rejoiced over my failure. Und Menschen haben sich an meinen Fehlern und an meinem Versagen erfreut. Sogar mein eigener Bruder. Der freut sich an meinen Fehlern. Aber dann kommt, oder da kommt die Gnade Gottes. Die Liebe erfreut sich an allem. Sie glaubt alles. Und ich habe gebetet. Herr, strafe meine Feinde. Und eines Tages hat mich der Herr dann gefragt. Würde es dir wirklich Freude geben, wenn ich deine Feinde strafe? Und ich sagte, na, wenn du das so siehst, das will ich eigentlich nicht. Denn das ist eine leere Befriedigung. Eine fleischliche Befriedigung. Liebe deine Feinde. Nicht, dass du mit deinem Feind ins Bett steigst. Das ist nur in Hollywood. Sondern du bist ein Standard der Liebe. Du wirst ohne Bedingungen lieben, weil du auch ohne Bedingungen geliebt bist. Du kannst gnädig sein, weil du aus Gnade lebst. Du bist glücklich. Und so lange wie du in meiner Presence bist, ich will dich glücklich sein. Even mehr glücklich, als ich bin. Du kannst freudig sein. Und solange du in meiner Gegenwart bist, solltest du dich freuen. Sogar mehr als ich mich freue. Don't be jealous, if I am overjoyous. Seid nicht eifersüchtig, wenn ich mich doch mehr freue. Compete with me in my joy. Sondern macht einen Wettbewerb in Freude mit mir. Wenn ich Frieden habe und ihr habt nicht so viel Frieden, dann vergleicht euch nicht mit mir. Ihr seid eingeladen, mehr Frieden zu haben, als ich ihn habe. Mehr Freude und mehr Frieden. Ich möchte, dass ihr überglücklich, zu glücklich seid. Ja, be too happy. Just be wildly happy. Seid einfach wild freudig. Denn das ist die Charakteristik der Saat Gottes. Ich möchte, dass ihr reich seid. Ich möchte, dass ihr eine Menge Geld habt. Eine Menge. Denn niemand hat jemals genug Geld gehabt. Niemand. Even those who have a trillion dollars. It's still not enough, because they can do so much with a trillion dollars these days. Denn selbst wer eine Milliarde Dollar hat, der hat immer noch nicht genug, weil man kann mit einer Milliarde so viel machen. Everybody wants money. Jeder möchte Geld. Have it. Also habt es. Be happy. Und seid glücklich. Warum sollte ich eifersüchtig sein? Für Gott macht es keinen Unterschied, ob du in einer Hütte ohne elektrisches Licht lebst. Oder in einem Palast. Für ihn zählt das nicht. Das sind diese irdischen Dimensionen, mit denen die Söhne und Töchter Gottes nichts zu tun haben. Die Dimension, in der Josef war, war so hoch, dass sie zu ihm hochschauen mussten und das konnten sie nicht. Er war so erhoben. Er war so erhoben. Und dann hat er ihnen den Traum gehabt, dass sie sich vor ihm verbeugen würden. Deine Schäfte, deine Schäfte, deine Schäfte waren vor mir. Und er hat diesen Traum gehabt und hat ihnen erzählt, dass sie, die Chefs, sich vor ihm verbeugen würden. Und das Prinzip ist folgendes. Wenn du dich einem Dummkopf unterordnest, dann wird seine Dummheit über dich herrschen. Wenn du dich einem Weisen unterordnest, dann wird seine Weisheit mit dir sein. Und wenn du dich einem Freudigen anschließt, dann wird seine Freude deine Freude sein. Und wenn du mit einem Gesegneten bist, wenn du dich ihm unterordnest, dann wird sein Segen auch über dich kommen. Das ist nicht meine Lehre, sondern das lehrt der Talmud. Amen? Amen. Amen.